Caroline, ab heute haben ja die Banken wieder geöffnet. Dafür wurde die Mehrwertsteuer unter anderem fürs Essen und für den öffentlichen Nahverkehr von 13 auf 23 Prozent angehoben. Also ab heute im Grunde. Und am Mittwoch wird dann weiter über andere Maßnahmen im Parlament abgestimmt. Nach der Abstimmung letzte Woche, die ja nur mithilfe der Opposition durchgekommen ist und den Rücktritten aus der Partei und aus dem Kabinett, die vom Protesten am Mittwochabend begleitet wurden, welche Zukunft kann es für die Regierung Tsipras geben und welche Rolle spielt dabei die gespaltene Partei? Also ich glaube, die Partei SEDISA ist sowieso auch von ihrer Geschichte her eine Partei, das ja eigentlich ein Zusammenschluss war aus ganz vielen, auch ganz ideologisch unterschiedlichen Gruppen. Darum ist das jetzt eigentlich nicht was wahnsinnig Neues, dass diese Fraktionsdisziplin in dieser Partei nicht so existiert. Ich glaube allerdings, dass jetzt in dieser Phase und in der Regierungsverantwortung, wo SEDISA jetzt ist, dass das natürlich ein Einschnitt ist, was aber ehrlich gesagt für die Aussichten von SEDISA an der Regierung zu bleiben, nicht besonders negativ ist. Also wahrscheinlich werden die Abgeordneten, die 39 Abgeordneten, die entweder dagegen gestimmt oder nicht abgestimmt haben, die Partei verlassen. Und wenn es Neuwahlen gibt im September, Oktober, sagen Umfragen voraus, dass SEDISA noch viel mehr Stimmen bekommt, als bei den letzten Wahlen im Januar. Also die eine Umfrage, die ich jetzt gelesen habe, die liegt bei 42 Prozent, 20 Prozent fast, vor der Oppositionspartei Neher Demokratie, den Konservativen. Wie erklärst du dir das denn? Weil Zypras ist ja eigentlich mit seinen Versprechen, die er vor der Wahl gegeben hat, nicht durchgekommen, beziehungsweise die hat er gebrochen und steht, wie er selbst ja sagte, auch nicht hinter dem Reformpaket, über das er Mittwoch abgestimmt wurde und das er selbst mit beschlossen hat. Ich glaube, dass er dafür abgestimmt hat oder dass er sich jetzt im Endeffekt doch dahinter gestellt hat. Das aber auch. Wie erklärst du, dass die Partei den Umfragen zufolge dann trotzdem noch an Stimmen zulegen kann? Das ist eine schwierige Frage und das ist eigentlich auch Spekulation. Aber ich glaube, auf der einen Seite haben sich die ganzen anderen alten, etablierten Parteien so delegitimisiert, dass sie eben nicht mehr auf eine bestimmte Stimmenanzahl kommen. Also die Sozialdemokraten, die seit 30 Jahren mit kleinen Unterbrechungen an der Macht waren, kommen auf 6 Prozent. Also durch so viele Korruptionsfälle haben die sich selber das Wasser abgegraben. Auf der anderen Seite denke ich, dass die SEDISA-Partei, obwohl es auch anfängt, in der Partei die kleinen Skandärchen zu geben, immer noch so einen Vertrauensvorschuss hat, weil es eine relativ neue Formation ist und weil sie mit einigen Themen relativ offen umgehen. Darum würde ich sagen, dass es, also da, von dem Aspekt würde ich den großen Vorsprung erklären, den wir jetzt immer noch haben werden. Warum jetzt Zipres die Kehrtwende gemacht hat, ist, glaube ich, eher in der Außenpolitik zu suchen, also in der Politik mit der Europäischen Union. Also ich glaube, er hatte seiner, ich sage nicht, dass ich der entscheidend zustimme, aber ich glaube, er hatte einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als jetzt im Endeffekt einzulenken. Was könnten denn dann die nächsten politischen Schritte sein, also jenseits des beschlossenen Reformpakets? Klar, dessen Umsetzung steht jetzt vermutlich im Vordergrund, aber welche Möglichkeiten bleiben der Regierung denn ein bisschen über die Verwaltung der Krise hinaus? Ja, das frage ich mich auch, weil ich meine, ich habe mit unheimlich vielen Leuten geredet in der letzten Woche, auch auf, es gab hier witzigerweise eine Konferenz mit dem schönen Titel Democracy Rising, wo auch viele von den, vier dieser Abgeordneten, die mit, die gegen das Paket gestimmt haben, gesprochen haben, ganz viele Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt, die Atmosphäre in der letzten Woche war hier gegenteilig, also nicht Democracy Rising, sondern Democracy Falling, aber das war nochmal die Ausgangsfrage? Ja, ich hatte gefragt, welche Möglichkeiten die Regierung jetzt überhaupt hat und was nächste Schritte sein könnten. Und ich glaube, dass viele auf dieser, darum bin ich darauf gekommen, dass viele auf der Konferenz eben daraus auswählen, dass sie sagen, okay, der hat jetzt unterschrieben, aber vielleicht kann er dann in der Umsetzung doch noch so ein bisschen linkssozialdemokratischen Plan schaffen und die Maßnahmen eben nicht so umsetzen, wie die vorgegeben sind von den Geldgebern. Allerdings haben die Geldgeber durch die Erfahrung, die sie auch in den letzten fünf Jahren mit den Griechen gemacht haben, jetzt eine so starke Kontrolle durchgesetzt von den einzelnen Maßnahmen, dass ich da eigentlich relativ wenig Spielraum sehe. Also jedes Gesetz, was irgendwas zu tun hat mit einer Finanzgesetzgebung, mit ökonomischer Gesetzgebung, muss abgemickt werden von der Troika. Also so eine starke Kontrolle, wie jetzt durchgesetzt werden soll von den Institutionen, war eigentlich noch nieder. Darum sehe ich auch nicht den Spielraum, den Tsipras Mainz zu haben. Ja, wenn du gerade diese Kontrolle ansprichst, die die Troika ausüben kann jetzt, dagegen haben sich ja auch viele der Proteste letzte Woche gerichtet. Wie hast du denn diese Proteste erlebt? Wer geht denn da überhaupt auf die Straße? Und wie groß ist der Druck, den die DemonstrantInnen auf Tsipras ausüben können vielleicht? Also in den letzten zwei Wochen, also von dem Referendum bis jetzt, fand ich interessant zu beobachten, dass sich so die Zusammensetzung der Leute, die auf die Straße gehen, so ein bisschen verschiebt. Also das auch bei der Mobilisierung für das Nein. Bei dem Referendum fand ich es interessant zu sehen, dass sich auch bestimmte Gruppen auf dem gleichen Platz befinden, die es vorher nicht miteinander ausgehalten haben. Zum Beispiel die Kommunistische Partei, die ja sehr, sehr konservativ organisiert ist, war zusammen auf dem Platz mit anderen Linken und auch sogar mit Anarchisten. Also eigentlich sind die Demonstrationen immer getrennt und das ist jetzt zusammen passiert. Ich habe auch sehr viele Anarchisten gesehen, die eigentlich auch immer ihre eigene Sache machen. Das fand ich irgendwie, das fand ich ganz interessant. Jetzt in der letzten Woche ist es spannend zu sehen, dass es eine riesengroße Enttäuschung gibt unter den Linken, die SiediSA gewählt haben. Was aber auch damit zusammenhängt, dass eine sehr große Hoffnung auf der einen Seite in die SiediSA als Regierungspartei gelegt wurde. Auf der anderen Seite beurteile ich das auch so, dass es mit einer bestimmten Naivität zu tun hat. Also natürlich, wenn man auch die letzten sechs Monate beobachtet hat, weiß man, in was für Zwängen sich erstens die Partei befindet. Auf der anderen Seite hat man auch schon in den letzten zwei Jahren gesehen, mit einer schleichenden Hierarchisierung der Partei, dass es nicht mehr die Grassroot-Wurzel-Partei ist, die es mal war. Also von daher, wenn man jetzt so super enttäuscht ist, hat es auch damit zu tun, dass man vielleicht die letzten zwei Jahre nicht so viel mitgekriegt hat, glaube ich. Also sozusagen die Basis von SiediSA geht vielleicht auf die Straße, aber deine Beobachtung ist, dass das eine Basis ist, die im Prinzip keinen Einfluss mehr oder keine Kontrolle auf die Partei hat. Also der Einfluss, was ich jetzt, ich war am Freitagabend auf einer Versammlung, das war total interessant, weil da ziemlich viele Leute waren aus dem SiediSA-Zentralkomitee. Das hat in so einer Besetzung stattgefunden oder Besetzung in so einem Sozialzentrum, was sich hauptsächlich mit Migrationsthemen beschäftigt, was sehr, sehr stark geprägt ist von SiediSA-Mitgliedern und anderen eher linksradikalen Parteien. Und da hat ein Mitglied des SiediSA-Zentralkomitees erzählt, das besteht aus 200 Leuten und soll eigentlich koordinieren, wie die Parteipolitik strukturiert werden soll. Der hat erzählt, dass sie entmachtet wurden sozusagen und dass sie, also das demokratische Komitee, was die Spitze eigentlich steuern soll, eigentlich überhaupt keine Macht mehr haben. Also es sind nicht nur die Grassroot-Leute in der Partei, die das Gefühl haben, okay, sie haben keinen Einfluss mehr, sondern auch die Leute des Zentralkomitees. Und das finde ich schon interessant zu sehen, wie sich je mehr die Partei sich in Machtpolitik verflechtet, auch in ihrer eigenen Partei eben die Stimmen aufräumen will, die gegen die Politik der Regierung sind. Okay, vielen Dank nach Athen, Caroline Philipp und noch einen schönen Morgen trotz allem. Okay, danke. Vielen Dank. Tschüss.